da haben wir noch ein wirselkraut geschaut alter wo sollen denn diese riesen hirschkäfer sein die riesen hirschkäfer wir haben doch jetzt schon fast den ganzen laden hier irgendwo also zumindest hier unten die südküste dürften jetzt bald durch haben da ich mich hier überhaupt nicht auskenne also ich will es ja gar nicht unbedingt bestreiten dass ich vielleicht diese die auch diese ecke hier schon gespielt habe letztes mal aber ich kann mich beim besten will nicht daran erinnern er kann auch natürlich sein dass es hier so unbedeutend ist dass hier so wenig an abenteuern wirklichen abenteuern stattfindet dass ich es über die zeit einfach vergessen habe möglich ist dass es gibt ja durchaus actionreichere lokationen in diesem spiel als jetzt zumindest jetzt hier dieses es gibt hier auch nicht allzu viele schnellreisepunkte wie es aussieht nicht so viel wie drüben also drüben bei der zollfeste tunberg da kann ich mir fast schon gar nicht vorstellen ach guck mal ein explodierpilz nach super und kann pilze explodieren lassen ich habe hier schon wieder so eine kleine fliege herumfliegen das sind aber keine frucht fliegen sondern sie sind noch kleiner die schiecher und die fliegen immer voll ins gesicht die haben es recht auf ärger abgesehen alter genau wie honk der hat es auch auf ärger abgesehen der will unbedingt aufs maul kriegen so wie viel platz haben wir noch auf der festplatte über eine stunde ich sehe uns erst aber noch nicht machen weil alter schreibe ich doch nicht so an du hörst was ist das da großer waldschröter nie mit denen will ich jetzt momentan kein beef haben weil ich erst mal sehen will ob es hier unten noch weiter geht das sieht nämlich so ein bisschen aus als wäre das da hinten so ein abge wirselkraut als wäre das da hinten so ein abgeteiltes areal das vielleicht extra für diese queste gedacht ist mit den hörschkäfern vielleicht sind die gerade hier hinten aber kannst du mal das overlay wird machen das spiel ich hätte es echt ungehalten was ist das da was ist das da re re vielleicht brauchen wir auch einen riesen rehkäfer cool weg jetzt ist hier doch ein schnellreise punkt hohlweg interessant also ja aber wenn es dann hier ist dann hätte doch eigentlich der vogel auch sagen können da hinten beim hohlweg sind die vier so auf jeden fall ist das kein bringweg sondern ein hohlweg haha ich weiß ist nicht witzig gut dann gehen wir mal den hohlweg durch und holen uns mal was irgendwas werden wir doch da wird es da auch wohl zu holen geben im hohlweg sonst wäre es ja kein hohlweg nach uns ersten bringweg da müsste man was hinbringen hier hat eben was ganz gewaltig geruckelt es ist hier sehr dunkel aber können wir mal die truppe sammeln ich habe hier irgendwie die befürchtung dass gleich hoch vorne steht abgeschlachtet wird und stinkmarder hat machen die stinkmarder hier so jetzt müssen wir mal sehen wo die stinkmarder kommen kommen gar nicht na toll ochs ochs in diesen breiten geraden moment äh und vor allen dingen so viele da ja da hinten scheint keine mehr zu sein okay weißt du das ist mir jetzt doch ein bisschen zu riskant ohne schilde schild hoch captain volle kraft auf die schilde volle kraft auf die fotonentorpedos okay captain so ich pflaster mal so gut es geht aber ich werde langsam bisschen müde ja aber keine angst wir schaffen dass wir werden hier grandios einen sieg davon tragen ja ich hasse orcs lange nicht mehr gehabt die vögel ne ja lange nicht mehr gehabt ja ja du kannst dich mit schwarzpelzen rum ärgern lang lang ist sehr so ich denke mal das sollte genügen warum habt ihr eigentlich keine fack na gut dann lassen was diesmal ohne schilde und ohne die hilfreiche katze so vier orken das geht gut ab hier ja leider stehen unsere magier hier hinten voll mitten in der front von zwei orken ok so ein orc ist hinüber der hier braucht noch auf der fresse kompario so wen haben wir denn hier halb moment macht das ok der ist auch noch nicht hinüber warten los hier alter was für ein geschlachter wir hatten da eben eine abgekriegt doch das die feieres macht immer solche geräusche als würde sie gleich sterben wano aber hier sterne und dann zack 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 und honky 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 so gute feieres aber könntest kannst du die heute 0 kannst du nicht dann geht der schliesel her und grabbelt mal eben in den schwarzpelzen herum mal gucken was wir da so kriegen ordentlich geld ordentlich dinge ich bin begeistert also hier gibt es immer noch stinkmader ok also kohle können wir hier machen orkischer komposit bogen lass mich doch mal schauen der orkische komposit bogen feieres 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 langbogen schießt weiter schwere entscheidung ok auch schon wieder so viele erfahrungspunkte auf tasche so der hohe weg ich mache mal lieber den speicherstand also schnell speicherstand und dann meine guten machen wir uns so südlich wie möglich ach so ist ein berg neben uns ich habe immer ein bisschen schwierigkeiten das zu unterscheiden oha da sind die stinkmader ok stinkmader voraus ich mache mal den hinteren mit ihm ich denke mal sind nur zwei und die dürften machbar sein so dann hier vorne der es wird nicht lange dauern ja ja kümmer du dich mal um den hinteren komm schon stinker komm komm ja und du dich um den vorderen stinker ja ja genau auf geht's ja ist ja niedlich ei ich mache das schon so ich sehe allerdings wir könnten noch weiter südlich gehen lasst uns das mal versuchen erhalts stopp kommt ja ja so wo sind diese verfuckten käfer die hirschkäfer ich sehe erst mal wieder kräuter ließ zum fail ja obwohl hunk fehlt ja in letzter zeit nicht mehr so oft ich dachte schon hätte mich jetzt nicht gewundert wenn er jetzt gefällt hätte alter so habe ich doch gerade gesagt ist doch jetzt schon eine weile her dass ich gegessen habe warum nur halt wildschweine also das mit den hirschkäfern hier unten das verstehe ich nicht warum hier hier sollen welche sein aber sind dann doch nicht das verstehe wer will da haben wir noch eine einbeere ach ja da ist ein baum stumpf da vorne sind jede menge wildschweine da bin ich mal gespannt ob das dann hier schon das ende ist weil das ding ist ich weiß nicht habe ich das jetzt richtig verstanden es soll auf dem auf dem südstand sein ich gucke mal kurz ins reisetagebuch in den katakomben unter dem marktplatz von nadoret finden arena kämpfe statt man kann nicht nur auf die kämpfe wetten sondern auch selbst als teilnehmer antreten und sich mit den kriegern messen wenn ich den champion titel will muss ich jeden einzelnen der arena kämpfer überwinden und da weiß ich auch schon wie heftig das ist jagd allerlei ja 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 käfer fressen die bäume im jagdrevier kahl damit die jagdgesellschaft nicht durch ein abgefressenes tal reiten muss soll ich die käfer beseitigen und den vogt nach erfolgreicher kammerjäger tätigkeit erneut aufsuchen die käfer sollen sich südlich vom jagd sitz auf halt südlich vom jagd sitzt nicht an der südlichen küste schöne scheuse ne achso ok alles zusammen wir machen erstmal die wildschweine platt dann können wir hier immer noch kräuterchen einpflücken so na dann mal los warte mal warum hast du eigentlich kein schild und warum hast du keine hilfreiche katze hilfreiche katze schild und dann hilfreiche katze du machst den hintersten zack volles gedeck drauf vielleicht sogar noch ein und die feieres ja genau du macht auch noch mal hier und dann schauen wir mal hilfreiche tatze so vor grimm fang die mal ab angriff den vogel so ja cuano fang die mal ab den vogel komm schon so das sollte möglich sein komm pareo alter ist das ein gegner okay honk hat einen knochenbruch geil nicht ist das ein durcheinander hier man sieht gar nichts ich sehe gornuscht ja vorgem weißt du dass das gesund ist was du da tust hilfreicher braunbär wir haben ein braunbären am start okay also so langsam wird das hier ne so und ja hilf mal hier mit weiche war ja auf geht geht gut ab hier okay hoch ja also honk hat sich einen knochenbruch zugezogen das ist ja mal neu ne aber er ist nicht so schlimm wie georg von alion da war ja weitaus schlimmeres angesagt so dann machen sie mal bitte op ich mache das schon hoffe ich doch nein ich sag besser nicht so was fehlen naja ja es hat schon gereicht zu sagen ähm ja äh wollen wir noch wieder level äh also äh skill ich würde gern dem hunk äh äh also er kann hier auch pflanzen kunde und wildnis leben gebe ich ihm mal alles voll ähm mehr geht auch nicht vollständig ausgebrannt der man so schlösser knacken fallen stellen will ich eigentlich kaum menschenkenntnis ja okay damit wäre das auch wieder hinfällig und äh was ist bei dir mit den waffen kollege mhm 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 nö da geht mal gar nichts ähm andere dinge zwergennase könnte man vielleicht mal ist auch immer wieder von vorteil ähm äh mir ist mhm mh mhm 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 waffen vielleicht ähm solche solche wieder hier da nimm ähh Pflanzenkunde? Nö. Bögenbau? Ja. Okay, Rest bleibt. Super. Hoch. Ja, ich glaube, das war es hier auch mit der Südküste. Also hier gibt es wirklich Gornuschtmeer. Redet der da von der Südküste und dann ist es nur südlich vom Jagdhaus. Das nehme ich ihm jetzt übel. Der Vogel hat uns mit Absicht reingelegt. Aber wir gehen natürlich hier hinten auch noch den Hohlweg durch. Ich wollte jetzt halt nur gucken, ob wir hier unten vielleicht die Queste erledigen können. Und dann gehen wir von Süden in Richtung, wenn ich dann noch was machen will, denn ich werde langsam wirklich ein klein wenig fahre hier. Nicht nur ein klein wenig. So, hier ist mal nichts mehr. Kommt mal alle zusammen. Wir haben ein Braunbären als Begleiter. Geil. Also, jetzt sagt mal, wir kommen noch vorwärts hier. Also, Ja, Untertitelung des ZDF, 2020